In diesem Video geht es um die besten Kaffeemaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeemaschine-Test geht an die Melitta AromaFresh. Die Intensität der Kaffeestärke lässt sich für ihren individuellen Geschmack von mild, medium und stark ganz leicht einstellen. Dank dem abnehmbaren Bohnenbehälter und herausnehmbaren Einzelteile ist die Melitta AromaFresh schnell und einfach zu reinigen. Der mitgelieferte Reinigungspinsel erleichtert die Reinigung zusätzlich. Der transparente Wassertank hat eine gut ablesbare Mengenskalierung an der Front und lässt sich ganz leicht mit der gewünschten Wassermenge befüllen. Um mit bereits gemahlenem Kaffeepulver einen leckeren Kaffee zuzubereiten, lässt sich das Malwerk über die Grind-off-Funktion abschalten. Die AromaFresh bietet einen 3-in-1-Kalkschutz mit programmierbarem Wasserhärtegrad. Die Timer-Funktion mit LED-Anzeige ermöglicht verführerischen Kaffeegenuss zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Philips HD 7546. Genießen Sie leckeren Kaffee dank einer zuverlässigen Kaffeemaschine mit cleverem und kompaktem Design. Ob Sie auf der Suche nach dem perfekten Kaffee für eine besondere Gelegenheit sind, Sie sicherstellen möchten, dass die Qualität Ihres Lieblingsgetränks immer gleich bleibt, oder einfach großartigen Kaffee mit minimalem Aufwand zubereiten möchten mit dieser Philips Kaffeemaschine ist für alles gesorgt. Die Kaffeemaschine HD 7546 in Metalloptik eignet sich hervorragend für Menschen mit hohen Qualitätsansprüchen in puncto Kaffeearoma und Design. Die unzerbrechliche Isolierkanne aus Edelstahl dieser Philips Kaffeemaschine erhält für Stunden die optimale Temperatur sowie das Aroma. Die Wasserstandsanzeige der Kaffeemaschine ermöglicht ein leichtes Befüllen des Wasserbehälters. Nachdem Sie Ihren Filterkaffee zubereitet haben, schaltet sich die Philips Kaffeemaschine automatisch aus. Mit der Tropf-Stop-Funktion können Sie den Brühvorgang unterbrechen, wenn Sie sich zwischendurch eine Tasse Kaffee einschenken möchten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffeemaschine-Test ist die Russell Hobbs 24010. Ausgestattet mit der Worldtech Brühtechnologie sorgt die Adventure Kaffeemaschine für ausgezeichnetes Aroma und großartigen Kaffeegeschmack. Die Adventure Glas Kaffeemaschine mit hochwertiger Glaskanne samt Scharnierdeckel und Füllmengenmarkierung hat ein Fassungsvermögen von 1,25 Litern für bis zu 10 Tassen aromatischen Kaffee. Die Adventure Glas Kaffeemaschine verfügt über einen integrierten Messlöffel, mit dem genau die richtige Menge Kaffee für das optimale Aroma abgemessen werden kann. Der Filterträger der Adventure Kaffeemaschine ist für eine schnelle und einfache Reinigung herausnehmbar. Die Adventure Kaffeemaschine verfügt darüber hinaus über einen Ein-Ausschalter mit Kontrollleuchte. Der Tropf-Stop verhindert, dass bei Kannenentnahme Kaffee aus dem Kaffeefilter läuft. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.